Ja, aber Victor, ich hab die Spiti auch. Geht schon noch zeitig genug los. Spiti kommt jetzt auf der 3O herein. Ich drehe mal entgegen. Eine 109 kurvt schon über der drüber. Hm, hat erkannt. Ist das einer von uns? Nee, ich hoffe nicht. Spiti kurvt herum. Vielleicht kann ich dann ein Schuss loswerden. Aber nur einen. Ich hab nur mit den MGs gefeuert. Rudolf, greifst du an? Oh, der ist in der Hauptbahnhof. Gute Bombe. Ja, ja. Hier stand Mockrids, ist alles close to the world. Auch von Ramsgate oben. Scheint gut auszusehen. Stütz mal auf ihn runter. Weit 309 geht grad auf ihn runter. Ja, das bin ich echt. Mit Vollgas. Ja, ich geh jetzt auch rein. Haben draufgegeben. Hat er's verloren. Ich geh direkt auf das erste Schiff. Okay, jetzt kommt Kontakt raus von Dober. Ab Flukus. Wir ziehen durch, gehen dann über Rolf hoch und machen Höhe. Spiti ist fast um Deck. Jetzt zieht er hoch. Ah, ist aufgesprungen, oder? Ah, das zweite Schiff drin? Ja, ist aufgesprungen. Sache, ich nenne das rechts. Zwei Kontakte, zwei Kontakte kommen auf das Schiff drauf. Können wir erstmal nix machen, Guter. Ich bin auf der, die jetzt... Das geht. Okay, hallo, Hattie. Auf Deck. Ah, ne, die fliegt jetzt auf Calais zu. Ist egal, Guter jetzt. Ah, ich geh die an, die jetzt gerade die 88 beschießt. Stütz gerade rein. Alles weggefallen. So, ich komme zurück zu euch. Wie weit bist du weg, Gereihe? Ah, ich bin direkt hinter dir. Lenheim, abgeschossen. Oh, du. Beide, Köffer, etwas verloren. Da fliegt doch auch was dickes da aus dem Schiff hin. Was ist denn das? Ich bin raus. Naja, ich habe keinen Schuss setzen können. Ich war zu schnell und... Vorsicht hinter dir! Äh, wie sieht das denn das Schiff drin? Du bist das eher... Oh, ich sehe das. Oh, Alter, schau mal zufällig. Ja, zieh sie nach Süden raus. Ich habe noch genügend Geschwindigkeit, um euch da ranzukommen. Ja, nach links. Nicht nach Norden, weil das sind noch mehr Speedies. Ja, ich weiß. Ah, so kann ich dir helfen. So, ich komme ran. Kann ich da einstehen? Ja, mach was. Ja, ja, was war's noch. Ja, ja, wo bist du? Ach, da haben wir was draufgegeben. Okay, ich komme jetzt in den Run an die Speed. Ja, ich sehe es. Vorbei. Vorsicht, noch immer etliche südlich der Schiffe direkt. Ich gehe nochmal auf die Speed. Komm jetzt von oben reingestützt. Ja, das sind nur Speedies. Habe draufgegangen, hat Öl. Okay, lass ab. Der macht es nicht mehr lang. Wo ist denn noch was gewählt? Über den Schiffen ist noch was. Naja, südlich der Schiff. Verlass doch die Speed mit dem Öl. Ich finde das sowieso. Ich bin doch nicht mehr in der Hause. Ich glaube, scheiß drauf. Sieh der ab. Sieh der ab. Ja, ja. Also erstmal rum. Ja, da ist eine E3er. Die wird gerade von mindestens zwei Speedies angegangen. Ja, gleich eine dritte auch noch dabei. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, dem zu helfen. Eine will abhauen Richtung Schiffe. Hochfleisch, Rolf. Das ist einfach gesetzt. Kurft ist er weg. Nee, doch nicht. Oh Gott, ist da was los. Komm wieder aus Süd-Osten mit einer Bombe. 25. Wenn der Speed, die ich angreife, sind weitere Kontakte. Ja, das kommt jetzt dahinter. 109 greift jetzt Speed an Richtung Nord. Für einen Leser. Ich habe eine Speedie zusammengeschossen. Hat jetzt einen Flügel verloren. Geht runter. Das sind zwei weitere Spids aber noch. Die folgen einer Stuka, die gerade nach Frankreich wieder abhaut. Das dürften die TWC da sein. Eine Speed steigt gerade vertikali mich hoch. Westlich der östlichen Schiffe. Immer noch eine Speed im Liftkant. Mit 209. Der Abschall allerdings nicht so schön mit angetackert. Stief kochend. Freifahren. Hab die zweite Speedie beschossen. Dritte ist noch unangetastet. Die zweite hat das Wasser leck. Ah nein, das sind... Uh, das sind noch zwei unangetastete. Okay, ich steig mal Richtung Frankreich weiter. Mal schauen, was die machen. Ich bin raus. und raus, jetzt über dem brennenden Schiff ich mach wieder höher und bleib schnell ich weiß ja nie, was noch von England kommt ist die jetzt in der Rolf? ja, die ist in der Rolf okay, ein bisschen dran hast du nur 20er, Kim? äh, negativ gut, er hat noch, ne? ja, ha? ja, jetzt über Lisa wo sind die scheiße, ich bin da nördlich von dem brennenden Schiff ich geh jetzt rein ach da ich zung langsam ich glaub, die geht ins Wasser äh, äh, äh Achtung, weiteres Bits 109 hat 6, die jetzt reinsteckt über den Schiffen 6, 6, 6, rechts 6, 6 kam von oben Bits immer noch hinterher nördliche Schiffe hallo, 0, spin-up wird abgeschossen hat sich leicht überschlagen jetzt nach unten Abwärtsbewegung Pfeffer gesetzt Feck volume ich hab ja noch ne Spit zwischen, ägeschö Frankreich und den Schiffen die werde ich gleich mal anstützen die fliegt gerade nach Frankreich zu das ist relativ niedrig ich hoffe mal, der... sieht mich nicht Keine Bomben gehen nicht hoch, das züftet er ein bisschen an Ok, hat mich nicht gesehen, der ist ziemlich am Arsch Da sind schon ein paar Bomben dabei 14 Sekunden, Zeimer Aufstehendöse Und auch die SC-250 Fünfzig Ein paar Zeimer auf den Pool Das ist die hellfreie Korne, ne? Da kannst du die fünfzig Kilobomben nicht nehmen, das ist wahrscheinlich das Problem Oh Mann Hat sich die heute einfach gerade den Kühler gespottet? So Spitti, was machst du? Du willst bei uns in Frankreich notlanden oder wat? Viel Spass mit der Flak Vielleicht hat er sich vertan Da kommt gerade ein ganzer Bienenschwarm aus sechs Maschinen von den Schiffen zu den Französischen Da hängen mehrere Engländer an den Deutschen dran Welcher Hallo? Ah, jetzt dreht er ab auf Deck Mit der Hälfte des Weges Da hängen jemand über den Schiffen? Oh ja, ich sehe südlich der Schiffe auf alle 25 bis Deck ungefähr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kontakte Alle in den Luftkampf Alle in den Luftkampf Da ist Sirena am Platz, ja Klack schießt auf Hallo 5 bis 10 Ah, bei Coqail, ja, das ist meine SPD, die kommt jetzt gleich da rein zur Notlandung Wie man sagen mag So, hat sich so nichts mit abgelohnt Ah, jetzt Flak hat er anscheinend gekillt So, jetzt ist er Bauch gelandet Du müsstest eigentlich die Flak sehen Ja, ich komme gerade, ich kriege vielleicht Toppenfüße Ich versuche zu schneiden Richtung Coqail Ah, uh, jetzt habe ich aber einen schönen Höhenvorteil Das kann man doch gleich ausnutzen Sollte man ausnutzen, den Altschlafen Ne, der will head-on gehen, aber das spielt es sicher nicht Du stützt gerade rein, ja Ne, ich habe da abgelassen, weil der wäre head-on mit mir gegangen Ich gehe jetzt wieder vertikal hoch Naja, er lässt aber ab, der geht runter Verliert Höhe Ne, der hat wieder ausgelevelt, der wartet wahrscheinlich auf das nächste Mal Jetzt geht er hoch Jetzt geht er hoch Ich bin noch weit weg Ich komme aus der nördlichen Richtung Ich bin noch ein Schirm übrig, kann das sein? Hm, jetzt hat er sich geschmissen Wirklicherweise, ja Ich bin jetzt Kowalte-Team Ich bin jetzt Kowalte-Team Kowalte? Ja Ich versuche ihn mal auszuhungern Okay Also, elf von zwölf bin er noch angepasst Soll ich jetzt am Service? In den Schiffen Ja, wenn eins noch am sinken ist, dann hat sich das eh Elf von zwölf reicht doch, oder? Ich glaube ja Also, eins von ruhig verpackt bei den Dingern hier Ich bin wohl auf Kampus Vom Dreher, wie gesagt Ich gehe mal noch Na, gar Ich bin gerade auf Weg nach Dove jetzt Was hast du denn? E4B Oh, jetzt steigt er schön hoch Ich bin gleich dran Oh Ja, bin raus Ich komme wieder von oben rein Ja Jetzt stürzt er durch, ne? Ja, er macht irgendwelche komischen Fassrollen und einen Sturzflug Ich bin im Sturzflug dran 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 Wie verbrenne ich meine gesamte Energie So schnell wie möglich Ich bleib mal ein bisschen oberhalb Ja Oje, das ist ja überall Luftkampf Und noch mehr, über mehr Bei den Schiffen sind richtig was los links Jojojo Wir haben jetzt gerade eine Split Oh, da bin ich mal schnell an Okay, jetzt ist er unten Jetzt stürze ich mal rein Äh, ohne hier doch nicht Der zieht gerade mal eine harte Lisa Wenn ich dich dann nochmal Ach, Dreck, ey Oh, jetzt Oh, jetzt komm ich hinter ihm rein Wie steht's grad rein? Ja, ich bin auch dran 150 Meter weg Ich bin gleich dran Ich komm grad hinten ran Ach Oh Randliche Kurve Bleib mal dran Ja Okay, ich stürze grad von oben wieder ran Ja Hab ihm über die jekes Fährruder weg geschossen Hab Mauern gepankt Fliegen ab Ja, fliegen ab Jo Boom Wow Da ist ein Luftkampf Goll, ey Geht jetzt auf eine 109, die nordöstlich rausfliegt Wer schießt denn da gerade? Ist einer von uns dran? Hat der 109 Wasser geschossen? Aber der hat anscheinend keine Augen im Hinterkopf Ne, der wird gleich sein Wunder erleben Vorsicht Ihr rammt euch fast weg Ach, ich krieg einen Anfall Jetzt hat der mir den Kühlwassermattel geschrottet, ey Ah, das ist mein Tag Ich merk das schon Ich hab ihm irgendwas geschossen Ich glaub Naja, doch nicht Er hat kein Wasser Ich glaub die 109 Die hat mir grad in die Kühlwassermattel zerballert Naja Der eine hat Schön tüchtig Über deine Schulter geschossen, gell? Ich komm von oben herein Auf die Speed wieder Krieg ich denn hinter dir? Hab mir den MGS draufgegeben Ja Bericht weg Oh, da könnte auch die Flak gewesen sein Dann liege Tragfläche Ah, weiß ich auch nicht Schlauchhaus Dann wird über Lisa wieder zurück Er zuckelt grad Irgendwas ist aufgeschlagen Er raucht Ich geh auch wieder rein Kommt von seiner Ah, ich glaub der Naja, der hat sich grad hingelegt Kokora Kokora Nein Yucho, das ist der Den wir vorhin grad weggeknallt Haben Also Nein, das war der Den ich abgeschossen hab Über Kokail Der dort in Not landen wollte Ha Der selbe Kerl wieder Ja Von Seiten hier hin Hat ne klick Er muss am Fließband arbeiten Naja Schick weg für dich Popo Der rasierte Arsch, ne Muss nicht sein Ist aber so Oder wie war das mal normales? Klingt komisch, ne? Ach, klingt komisch Komisch ist aber so Komisch ist aber so Geht ja so Achso mit den Flugzeugen Wir haben bis zum 29. Zeit Uns da anzumelden, ne? Jo Das wird alles Das wird alles gerecht verteilt Ja in einem Intransparenten und ne Undurchsichtigen Verfahren wird das dann entschieden Ja das Flugzeug wird Quasi will verläsert вроде verlassen da F Terra Ich habe die Fremde geschehen, das ist lustig. Das ist lustig, die extra parts, die er nicht braucht. Ich habe die Franchcliffe 7 Kilometer gesehen. Ich habe die Bombe verloren. All right, I'm spawning in at Kali Mark with a 110 again. We'll have to go ships. 109 at the French cliffs flying inland. You're getting a Spitfire on your 6. He's diving on you with lots of speed. Two ships down. Watch out, the guy at the tri-fields, you have a Spitfire on you. Two ships down. 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 We just bailed There's still a good one here, just north of the fight He shot down a Spitfire over Coquel Spitfire over Coquel pulses Starting down All right, I've got a pilot. Are you in that dogfighter over the ships? Uh, over there by Dover? Yeah. Yeah, there was a stream in Spitfire trying to sneak up on somebody, and I killed the pilot. I think that was me he was trying to sneak up on. Thank you. Something's shooting at me now. Oh, hell, I've got two. They're all over me. You passed the ship, Shep? Yeah, yeah, I'm heading back towards, uh, France, but I got two of them, and they're taking turns yo-yoing me. Ah, here he comes again. Both of them. Back-to-back. Ah, man. Ah, he set me on fire. Ah, he killed me in the fire. Couldn't jump. Ah, he kill me. Ah, yeah. Ah, man. Ah, yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 About three minutes from target Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist die 1km Das ist noch ein High-Speed-Fire, neben den Frenschcliffs. so I'm going to drag him to Calais Roger that, I'm taking off from Calais, I'll go ahead on with you if you want, Araya Yeah, I'm heading directly towards Calais Mark Airfield I think I can actually outrun him, he's had quite some altitude surplus He's broken off, he's now north of Calais, feet wet, oh no, he's turning back towards me Altitude again? I'm at one and a half, he's cold and I'm dragging him over the city, I'm going to be over the city in half a minute or so Yeah, I see ya, you guys are coming right for me I'm right ahead of you I cooked the engine, I did crash land it, but I saw a bunch of it chasing 109 I'm just a bit bone feet wet Yeah, somebody got his oil Okay, I'll see you Okay, I'll see you Yeah, I hit one ship with fire, he lost Yeah, he's heading for home, I'm looking for... There was two 109s out here, I lost them I'm behind the 109, pulling up behind one right now at 2K I'm above you now There was one she was chasing one right now Okay, Randall, you just scared the hell out of me I'm sorry I was watching Turk roast that guy behind me I'm still dragging him to the airfield, I'm going to let the AAA work for me I know he saw me, that's for sure No Well, he seems to have a hard-on for me Hehehe Why can't I see ya? Are you over the city? No, I'm over here I think now He's not near you No, he was on my tail just a second ago He's on the south side, yeah, he broke off He's on the south side, I'm coming right towards him now Oh, yep, I see that, turning around You still with me, Randall? I've lost eyes on ya, I am circling over the ships I'm at almost 3K now I'm around now Looks like I may have a high one over... Dover area I see that, you're right where I am going Okay, turning back He's braking Just missed him, damn Okay, he's trying to turn around on me, Cryo Yeah, I see that, there's another 109 coming in now Roger I just went for head-on with me He's coming for you, watch out, he's on your 9 o'clock Roger, okay, that's a 109, Randall Yeah, I got him I'm getting a readout of... Radar readout 0 at 9 kilometers, which should put him right over Dover Yeah, there must be something right here Oh, I see, um, right off... Got some hits into him, he's leaking Right off the cliffs between Dover and... I'll stay behind him What is that, Hawk Edge? Your 6, there's Cryo Oh, folks, they're... How high? Oh, you've got something coming around on you now 1000 Check your 6, check your 6 Oh, it's a 109 It's a 109, Cryo, it's a 109 Oh, he's going in Nice Good show Yeah, good one Alright, I'm off to the ships Nice Good show Yeah, good one You almost over Folkston, uh, Randall? I'm closer to... I'm closer to Dover Flying into the sun to the west Now, this is between Folkston and Dover At 3K You just turned north? I just turned west I'm right over Dover headed to Folkston Ifahrt Imitated to the boat I'm either... . I've found a bad ride You are still beyondед I've never seenines You just turned out